Ist das herrlich hier? Ja, das Paradies! Aloha, ich bin's, Claudius Fabich, auf Hawaii, auf Lanai, einer der kleineren Inseln. Ja, wir sind ja hier, um eine Serie zum Thema die positiven Effekte der Sonne zusammenzutragen und uns auch ein bisschen die Natur anzuschauen. Fantastisch hier! Ich habe Ihnen eine Studie mitgebracht, die Sie begeistern wird. Sonne reguliert den Blutdruck. Ach übrigens, zu hoher Blutdruck führt zu Herzinfarkt und kann auch zu Schlaganfall führen. Sonne reguliert den Blutdruck. Dr. Richard Weller von der University of Edinburgh hat in umfangreichen Studien belegt, dass Sonnenlicht den Blutdruck senkt. Also, ab in die Sonne, tun Sie etwas für Ihren Blutdruck und für viele andere biopositive Effekte. Mehr auch dazu unter bluehawaii.de. Häng los! Super!